Ich habe lange gedacht, dass Wissenschaft und Glaube, vor allem der christliche Glaube, sich widersprechen und gar nicht, absolut gar nicht miteinander vereinbar sind. Es ist nicht so, dass nur weil man vielleicht etwas mehr verdient, dass man da nicht auch Phasen im Leben hat, wo man sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Was ist der Sinn vom Leben? Als ich anfing zu studieren, war das für mich eine komplett neue Welt, weil ich auf einmal ganz viele Menschen gesehen habe, die richtig gute Anfragen an den christlichen Glauben haben, wo ich auf einmal keine Antworten mehr hatte. Beim Pontus-Institut ist es uns ein Anliegen, Brücken zu bauen, zwischen Glauben und Denken, zwischen der Wissenschaft, unserer Kultur, den großen Fragen, die sich aus den aktuellen Herausforderungen ergeben und dem christlichen Glauben, dem Evangelium. Wir sind unterwegs an Hochschulen und in Schulen, wir kommen ins Gespräch mit Menschen aus der Wirtschaftswelt, aus dem politischen Bereich und mit Kulturschaffenden. Ich habe eine ganz neue Sicherheit in meinem Glauben gefunden, weil ich gemerkt habe, das ist nicht einfach nur Wunschdenken oder irgendwie blinder Glaube, wo ich mein Denken ausschalten muss, sondern ich habe gesehen, nein, warte mal, es gibt gute Gründe. Es ist sogar irgendwo logisch, daran zu glauben. Wir halten Vorträge, Seminare, Dialoge, Debatten und sind ganz persönlich mit Einzelnen im Gespräch, live vor Ort oder bei Podcasts auf YouTube und Instagram. Als ich feststellen durfte, dass es auch auf meine schwierigen Fragen teilweise intellektuell befriedigende Antworten gab, bekam ich eine Ruhe über diese Zweifel, über die Anfragen, die ich an den Glauben hatte. In der Geschäftswelt, da haben die Leute genau die gleichen Fragen. Das ist super, wenn man da jemanden auf einen Vortrag einladen kann. Ich glaube, da ist schon ein großer Hunger nach Wahrheit. Wir möchten einerseits Christinnen und Christen ermutigen, ihren Glauben neu zu durchdenken und darüber auf respektvolle und differenzierte Art und Weise sprachfähig zu werden. Und wir laden Skeptiker, Fragende und Suchende ein, sich mit dem Glauben an Jesus Christus auseinanderzusetzen, weil wir erleben, dass dieser Glaube sowohl intellektuell tragfähig als auch existenziell erfüllend ist, dass er das Leben bereichert und Herz und Hirn verbindet.